Was du halt anderen abnimmst, Schmuggelware oder sowas. Was ist eigentlich mit deinem Dautzer oder wie? Was war das für einer? Ach, Trasar. Oder Trasar, keine Ahnung. Den hab ich mal gespielt. Ist das ein YouTuber oder was? Ja, ja. Hast du den kennengelernt? Ich hab mich mal gefragt, ob ich manchmal dran spielen kann. Und spielt er denn immer noch zusammen? Naja, er hat wenig Zeit zum Zocken. Er ist YouTuber oder was? Naja, er macht halt auch YouTube-Videos und spielt auch verschiedene Spiele. Wenn einer Heilung hat, bitte mal melden. Ja. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wie die Audioqualität ist. Mit euch im vergleichlichen Verhältnis zu mir, lautstärketechnisch. Wieso muss ich hier die Maus über den ganzen Tisch ziehen, wenn ich mich umdrehe? Das ist schon immer so. Ja, das kann sein, weil du hast schon lange nicht mehr gezockt. Vielleicht bist du an COD noch gewöhnt. Vielleicht hast du da eine andere Maus-Beschwindigkeit. Wenn du eine Heilung siehst. Das ist bei mir aber auch, ich hab Cyberpunk gespielt. Ja. Und jetzt spiel ich oder das Fallout 76 und da hab ich eine schnellere Maus-Sensibilität, weil dieses ganze Looten, wenn du da überall auch gucken musst und musst tausendmal die Maus da um den Tisch spielen. Kannst du die DB nicht einstellen? Entschuldige mal bitte Pascal. Ja. Guck mal. Aber deswegen hab ich die da anders, höher. Ja. Weil wenn du da tausendmal die Maus umziehen musst, bist du bekloppt. Und da hab ich mal wieder, ähm, dann hab ich schon. Dann hab ich mal wieder Dings hier gespielt. Und das ist auch deutlich langsamer. Da musst du erstmal wieder drauf klarkommen. Ich werd's mal ein bisschen schneller stellen. Ich hab's aber schon eigentlich. Und ich hab auch hier diese komische, wie heißt das? Das ist dieser Müll. Zusätzliche Stärke der Drehgeschwindigkeit. Ich bin schon auf 3 jetzt. Ja, ich glaub, da sind schon welche, ne? Drehgemüde. Kann doch sein. Ja, sägegemüde. So laut, wie viele jetzt die Wesen sind. Ja, es sind die Nummer 2 von euch. Pascal. Okay. Vermute ich mal so, weil 2 vor mir läuft und du fragst, wer die 2 ist, denk ich, du bist die 1, Pascal die 2 und ich wieder mal. Das letzte. Hm. Er kündigt uns schon wieder an. Ja, auf jeden Fall. So, wir gehen da jetzt rein. Hängt da an, wir haben keine Core & King bei. Ich hab da Core & King bei, oder? Aber die hat mich ja letzte Runde sehr enttäuscht. Aber warte mal, sind ich hinten? Nein. Nein. Ey, hier draußen ist schon ein Laden-Hit. Ja, er ist schon tot. Sehr gut. Ich hab den doch gehört, den kleinen Lutz. Den kleinen Lutz, Mann. Hinten auf dem Dach ist einer. Danke. Hier, loote den eh. Wo hast du den, Pascal? Der ist hier oben drauf. So, den müssen wir verbrennen, wenn er hier oben ist. Der ist drin, ja. Na ja. Da ist er. Hier könnte er looten. Gut, das war schön. Der hat der Uppercut. Will einer? Oh, ja. Hab den. Verbrennt den denn danach, ne? Ja, ja. Der wird angesprungen. Der Typ. Ich kann den nicht abfackeln, ich hab keine, keine Laterne. Ich bin drin. Wo ist denn der Typ? Der ist irgendwo. Der ist irgendwo. Ne, der müsste hier irgendwo sein. Der ist unten. Wo unten? Ich bin unten. Du müsst ne Typen-Kill absbrennen. Scheiße. Der ist auf der anderen Seite. Ich guck mal, ob ich ne Fackelkinder. Hab ihn. Schön. Ja, da müssen wir auch nicht abfackeln. Wo ist er denn hier? Hast du runtergefallen? Was hat der Blumen? Da fehlt doch noch einer, oder? Ja, der Typ. Der hatte auch ne Korne King und ne Dolch. Jungs. Ja, den können wir uns teilen. Wer die Dolch haben will, wer die Korne King haben will, soll sich zuteilen. Super. Ja. Aber Matthias hat sich viel verändert hier im Spiel. Ja. Oder viel. Ach, scheiße. Das war eh da. Naja, wir haben Trios eigentlich. Ach, wir haben ja einen Trios. Mh. Ich mach mal hier die Motta. Gut, super. Sehr gut. Boah. Ja, mehr Dreier, stimmt. Das ist auch deutsch. Kann sich nicht deutsch werden. Was hat sich alles vereinbart? Also, du findest jetzt hier Geldsäckchen. Ah, ja. Dann findest du hier... Ach ja, das stimmt. Das hast du ja schon gezockt. Auch mit Blutmarken und sowas? Äh, ja. Dass du so Briefe an der Wand findest und da kannst du auch für die Blutlinie finden. Ja. Wenn ich in der Heilux sieht, sag mal Bescheid mit mir. Und Eigenschaftspunkte. Gibt's auch noch. Fertigkeiten. Gute Waffe. Ja. Gute Waffe. Warte. Warte, warte. Gute Waffe. Hier, Matthias Kass mal. Geschenke? Was ist das? Wie habt ihr Geschenke auf Sorten lassen? Ich weiß, Kass nicht, komm mal her. Das ist auch ein Geschenk. Wusstest du auch kaputt machen? Gute Waffe. Ja, wie hast du? Hier, Karsten. Was ist das? Jaja, ne, ich will dir was zeigen. Hier zum Beispiel, ist es auch wieder so ein Vogel. Achso, benutzen. Die liegen überall. Ich kann benutzen, ach ne. Ich weiß nicht, was die sollen. Ja, aber ist neu, aber warum? Ja, wieder rein, naja. So zeigen, dass der Tod ja lauert. Hier, den könnt ihr looten, Bede. Hier ist Geld. Und hier ist, ähm, ne Dolch. Das richtig für Matthias. Ja. Ey, was hab... das ist doch den Uppercut, den ich hab... Was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Da hast du ne Kälte... Der hat bloß... hat der wohl keinen Uppercut. Ne, der andere hatte den Uppercut, aber der hat ne Dolch. Der eine hatte den Uppercut. Hab ich's euch den nicht aufgehoben? Da liegt der hier noch. Oder da ist wieder der Bug, dass du dich aufheben könntest. Ja, kannst dich aufheben. Ach so? Ja, dann hebt die Dolch auf oder so. Ja, Dolch ist gut. Also, ich renne hier rum und denke, naja, hab ich hier im Winter Kälte. Du denkst, wie ist der Mann mit dem King? Ja, ja. Ja, ja, der Mann. Oh. Wo? Ach so. Sag mal, wenn ich Spieler sehe, sag ich Bescheid. Ach so, also kämpfen wir jetzt zu Blanchett denn, wenn wir die Spinne aufgenommen haben. Ist das mal richtig? Boah, wir haben 31 Pakete, da haben wir ja richtig viele gefunden. Ja. Ja, aber Blanchett ist ne Explosion hochgegangen, glaub ich. Ja, da müssen wir hin, denn. Lass uns erst looten, also die Spinne aufnehmen. Ja, wir nehmen sie auf. Hat einer die Cronen King genommen? Nee. Quasi frei. Okay. Ich hab mir gesagt, ich die Cronen King und Matthias, mein Freund, bekommt denn die gute Superwaffe, die Deutsch. Aber ich brauche noch Munition dafür. Ja, das stimmt. Ist ja ein Abteil dabei. Oh, allein sind sie. Wollen wir da rüber kurz, bevor sie den Platz machen? Ja. So, da lass ich mich doch nicht lumpen. Okay. Okay. Ja, da lass uns trotzdem drüber, oder? Ja. 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 Dann laden wir mal so. Einer töten hier. So, der eine hatte Windfield mit auszirbeln. Wie sie sich anstachelchen? Ja, das ist blöd. Achtung, vorsichtig. Da oben, Fenster. Ja. Ja, du blöd. Sehr gut. Du kannst du achten, dass der nicht wieder aufgehoben wird? Hier muss man drin schmeißen, Pascal. Toll. Kulaken, der direkt am Fenster, ne? Ja. Ah, scheiße, ich bin runtergeslutscht. Ich hab's gesehen. Hast du einen? Nein. Keinen getroffen. Ich hab ne Blitzbombe. Okay. Die sind unten, in der Etage tiefer. Lass es kaputt mal. Ja, passt drauf, dass es auch Fenster fallen. Warte. Scheiße. Der liegt hier noch. Der liegt hier noch. Schön. Hab ich ihn? Ja. Ah, Einer schießt auf mich. Von Richtung Osten. Scheiße. Achtung. Kommt einer hoch. Pass auf. Nein. Da hat eine doppeläufige Schroter. Ja, da hat er Pech gehabt. Kannst du ihn aufheben? Oh, das ist noch ein Pecher. Oh, Sprengarmbrust oder sowas. Irgendwas Sprengmäßiges. Medizin? Medizin. Anne, Dings, Anne, hier, ähm. Da. Oh oh. Komm rin, ins Zebeute. Äh, Matthias. Scheiße. Achtung. Einer tot. Hier müssen wir direkt abbrennen, diese Sau. Der liegt auf der Treppe. Okay. Aber einer ist weiter weg. Und zielt drauf. Pass auf, einer ist weiter weg und spielt raus. Pass auf, es gibt. Siehst du, war ich sämisch, Pascal. Wo ist denn der eigentlich? Einer tot noch. Oh, ist noch ein Team da? Ja. Der eine will aufgehoben werden. Wo denn? Der wurde aufgehoben. Ich seh hier gar nichts, ey. Ich nehm mal auf hier. Das gucke ich erst mal. Die sind alle Richtung, hier unten, Nordosten, hier unten. Was mit dem? Ja, auf 45. Zwei Leute noch. Patzen. Der wurde wiederbelebt. Schade, ey. Ist hier gar nichts hier. Und da ist Gift, dann ist denn hier vorne Gift, oder was? Nein, einfach raus, glaube ich. Einer tot, wieder. Nee, Gift ist das hier. Scheiße. Achso. Das tut mir natürlich leid. Nee, ist nicht so schlimm. Hier ist für Dolch-Munition. Ziprus, hier ist Heilung bei mir. Und hier ist auch ammo. Nein, ins Wasser hier fallen das Scheißding. Pinn mal an, wo sind die ungefähr, Matthias? Hier ist einer nur noch. Der ist tot. Super. So, ich guck noch mal. Ist keiner mehr da. Okay. Okay. Ach, das war das Bounty-Team. Das war das Bounty-Team. Achso. Pass auf, die sind fallen. Guck mal, der hat hier für dich eine Mosina-Gun, Matthias. Oh, echt? Ja. Sehr schön. Ich hab gedacht, die kannst du haben. Dann bist du gut ausgestattet. Und der Uppercut. Uppercut bringt ja nicht viel, du Regner. Pass auf, ich hab beide hier unten gelootet. Carsten, du musst oben looten drin. Boah, da haben sie Fallen umgestellt, die Säcke hier, oder? Ja, hier ist doch einer zum Dusen. Aber Kat ist leer geschossen. Kann einer den Dicken erschießen? Erschießen? Ja, oder töten. Ich hab Sprengstoff, ich kann das auch machen. Also ich hab kleinen Sprengstoff. Immer weg. So, hier ist Ona. Hier ist auch noch einer. Hier ist auch noch einer. Hier liegt oder Ena? Ja. Oh, Ena. Gut, dass es ein Gewachste war. Ja. Alter. Wird da ins Wasser gefallen. Eine schöne Sprengstoffe. Oben am Fenster ist noch einer. So, aber mehr loot ich jetzt nicht, damit ihr in den Venus kommt. Oben ist am Fenster einer. Kann Matthias denn looten. Außen. Okay. Ah, ich seh's. Sehr schön. Ach, die anderen haben unter Bounty aufgehoben. Ja, klar. Ja, das ist ja immer diese Sache halt, ne. Na schön, dass sie es uns gebracht haben. Ja, muss man immer zurück. Mhm. Eigentlich nicht die Menschen. Stimmt. Aber Munition ist nichts mehr da, ja. Ja, wir gehen doch jetzt zum Ausgang. Hier ist aber alles. Ja, sollten schon haben alles. Na dann. Let's go. Ah, ich bin da mal schön Hand. Herrlich. Elfkiss, nice. Boah. Boah. Elfkiss. Nicht schlecht. Hm? Ich hab sieben. Damit kann ich leben. Ich hab zwei und ihre Unterstützung. Na, ist egal. Ich hab sieben. Damit kann ich leben. Ja. Und ich hab zwei und ihre Unterstützung. Na, ist egal. Ich hab sieben.